Hallo liebe Moviepiloten und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Erst kürzlich habe ich ja für euch Clone Wars reviewt. Ja, ihr habt euch das so krass gewünscht und dann habt ihr es von mir bekommen. Und ich habe ja der Serie eine Chance gegeben und auch zugegeben, sie ist fantastisch. Clone Wars ist fantastisch, hat für mich die Prequels aufgewertet, ist für mich eins der besten Kapitel innerhalb der langen Saga von Star Wars. Und ja, wenn ihr nun mal recht habt, dann habt ihr nun mal recht. Ich schaue zur Zeit Rebels, da kommt auch noch ein Video. Und ob es jemals ein Clone Wars Ranking geben wird, das weiß ich nicht, weil ich muss es ja nochmal gucken, ich habe es damals durchgewinnt. Das heißt, ich weiß nicht, was in jeder einzelnen Staffel passiert ist. Doch ich habe ja darüber geredet, wer für mich so der Scenestealer war. Und das ist Ahsoka Tano. Ich hatte so viel von ihr gehört im Vorfeld und mich gefragt, warum ist sie so beliebt? Warum lieben Leute Ahsoka Tano so sehr? Und mittlerweile liebe ich sie auch. Und sie ist für mich eine der faszinierendsten Figuren in ganz Star Wars. Warum das so ist, das verrate ich euch jetzt. Doch Achtung, hier kann und wird es zu Star Wars Spoilern kommen. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Legen wir los. Was ist passiert? Eine der Stärken von Ahsoka Tano ist die Tatsache, dass uns so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Denn als Ahsoka Tano eingeführt wurde, glaube ich, war ich gegen sie und die meisten waren gegen sie. Warum? Weil Anakin Skywalker hat auf einmal eine Schülerin. Woher kommt sie? Warum haben wir sie nie in den Filmen gesehen? Das verstehe ich nicht. Und sie ist so ein bisschen nervig. Sie wirkt so wie so ein Robin-Charakter, so ein Sidekick. Ich habe den Hype null, null um diese Figur verstanden. Und damals war Clone Wars noch nicht mal besonders gut animiert. Und ich dachte mir, okay, die brauchen echt eine gute Erklärung, warum es sie gibt. Immerhin sagt Samuel L. Jackson zu Hayden Christensen, du bist kein Meister in Episode 3. You are on this council, but we do not grant you the rank of master. Und dann passiert es. Dann stelle ich auf einmal fest, dass Ahsoka so genial ist, weil Ahsoka der Zuschauer ist. Sie versteht diese gigantische Welt, diese Politik von Star Wars nicht. Sie wird reingeworfen in diese Welt, ähnlich wie der Zuschauer. Und wir sehen die Klonkriege eigentlich aus ihrer Perspektive. Das heißt, die Tatsache, dass sie ein kleines, naives Kind war zu Beginn der Serie, ist eigentlich richtig clever. Weil wisst ihr, wer auch ein kleines, naives Kind war, das einem ein bisschen auf den Nerv gegangen ist im allerersten Star Wars-Abenteuer? Luke Skywalker. Die Tatsache, dass er ständig nur am Heulen und am Meckern war und er musste von jedem gerettet werden. Obi-Wan musste ihm zweimal den Arsch retten. Prinzessin Leia musste ihm den Arsch retten. Han Solo musste ihm den Arsch retten. Er war ein gepemperter, naiver, nerviger, kleiner Charakter, den nicht wirklich viele lieben würden. Doch gerade, weil er so voller Fehler angefangen hat, hatten wir hier die Möglichkeit, ihm einen wahnsinnig interessanten Arc zu geben. Eine Coming-of-Age-Story. Und genau das kriegt Ahsoka. Wir sehen wirklich, wie sie von Season zu Season erwachsener wird, lernt und tatsächlich von diesem sehr nervigen kleinen Mädchen zu einer starken, erwachsenen Frau wird. Die ihren ganz eigenen moralischen Kompass entwickelt. Und das bringt mich auch zu Anakin Skywalker. Denn Ahsoka Tano macht eine Menge Wett, was die Prequels für mich an Anakin kaputt gemacht haben. Denn Anakin, sorry, ich habe mich sehr damals auf die Prequels gefreut. Und Darth Vader kriegt eine Backstory und dann sehe ich Anakin Skywalker und der ist wirklich einfach nur eine Heulsuse. Und diese ganze Beziehung zwischen ihm und Padme war wirklich nicht meins. Der Dialog, ihr wisst schon, er mag nicht Sand, weil Sand so sandig ist. Und Padme mag er viel lieber, weil Padme ist Padmig. Ich so, wirklich? I don't like sand. Und dann sehen wir die Beziehung zwischen Ahsoka Tano und Anakin. Und wisst ihr was? Hand aufs Herz. Wem ging es genauso? Also, ich glaube, dass Ahsoka Tano Anakin mehr bedeutet hat als Padme. Und ich meine das nicht im romantischen Sinne. Ich meine nur, dass Ahsoka Tano sehr wichtig ist für die Entwicklung von Anakin Skywalker. Sie wurde ihm anvertraut. Sie ist sein Schützling. Und er tut wirklich alles, um sie nicht nur zu beschützen, sondern ihr alles weiterzugeben, was er so gelernt hat. Und auch seine Tricks, den Jedi-Orden so ein bisschen zu hintergehen. Und seine Kopf-durch-die-Wand-Strategie. Bringt er ihr bei und gibt das alles an sie weiter. Und man merkt mit jeder einzelnen Season, wie sehr sie ihm eigentlich ans Herz gewachsen ist. Und wie sehr er gar nicht ohne sie leben kann. Und gerade wenn sie den Jedi-Orden verlässt, tut ihm das weh. Und das ist ein Schritt in die Richtung zu Darth Vader. Weil das bringt ihn in einen Konflikt mit dem Jedi-Orden. Und das bringt mich zum Jedi-Orden. Denn Ahsoka Tano wirft einen gewaltigen Schatten auf den Jedi-Orden. Denn sie ist eine klassische Heldin. Sie will das Gute tun. Aber wir befinden uns hier in einem Kriegsszenario. Und der Jedi-Orden benimmt sich stark und grob fahrlässig. Er ergreift ganz klar eine Position. Hat Samuel L. Jacksons Charakter Mace Windu nicht gesagt, We are keepers of peace, not soldiers. Sorry, ihr seid Soldaten. Ihr seid Generäle und kämpft für die Republik. Und gerade in Clone Wars sehen wir ja, alles ist nicht schwarz-weiß. Es gibt wirklich Helden auf beiden Seiten. Und ihr seid ganz schön blind. Und sorry, da ist ein Sith-Lord, der euch alle manipuliert. Und ihr kommt nicht auf die Idee, dass es Palpatine sein könnte. Und dann wird es noch schlimmer. Ahsoka Tano wird einen Bombenattentat in die Schuhe geschoben. Und ihr verdächtigt sie. Und genau das ist der Punkt, wo sie sagt, Okay, ihr seid zu schwarz und weiß. Es geht nicht. Ich werde abtrünnige. Und das ist für mich das Faszinierendste an Ahsoka. Weil Ahsoka hat hier das Richtige gemacht. Der Jedi-Orden hat falsch gehandelt. Und Ahsoka Tano musste entscheiden, ob das ihr Weg ist. Kann sie denn mit einem derartigen Orden je klarkommen in der Zukunft? Sollte sie es überhaupt? Ich denke nicht, dass sie das sollte. Das fand ich so faszinierend, so spannend. Denn wisst ihr, was uns das gezeigt hat? Das hat uns etwas gezeigt, was uns die Filme immer wieder versprochen haben, aber nie gezeigt haben. Und zwar die Balance in der Macht. Rey hat angeblich die Balance in der Macht wieder zurückgebracht. Wie? Sie hat Palpatine getötet. Und wo ist da die Balance? Jetzt gibt es wieder die Jedi. Und das war es. Anakin hat Imperator Palpatine runtergeworfen und damit die Balance zurückgebracht. Für mich ist Ahsoka Tano die personifizierte Balance in der Macht. Warum? Weil sie pickt sich das Beste raus aus den Lehren der Jedi, aber ist gleichzeitig auch sehr menschlich. Sie macht Fehler. Sie ist eine klassische Heldin, aber sie ist sehr dagegen, ihre Emotionen absolut zu unterdrücken. Denn genau das kann zu Figuren wie Darth Vader führen. Und genau solche Figuren sind gefundenes Fressen für die Sith. Und selbst wenn wir sie in The Mandalorian wiedersehen, sehen wir ganz genau eine klassische Heldin. Sie kämpft nicht im Namen des Jedi-Orden. Sie kämpft nicht im Namen irgendeiner Organisation oder irgendeiner Truppe, der sie die Treue geschworen hat. Sie kämpft für das, was richtig ist. Das ist eine Oldschool-Heldin a la Superman und Wonder Woman. Und genau deswegen möchte sie auch Grogu nicht trainieren. Denn sie ist nämlich keine richtige Jedi mehr. Ja, sie wird immer noch so bezeichnet von ihren Feinden. Aber sie ist ihren ganz eigenen Weg gegangen. Und genau dieser Werdegang von einer nervigen kleinen Sidekick-Figur zu dieser erwachsenen Veteranen von mehreren Kriegen ist mehr als spannend. Ahsoka Tano hat sich definitiv in mein Herz gespielt. Es ist eine der besten Figuren in ganz Star Wars. Und ich kann bis heute noch nicht glauben, dass ich so lange darauf gewartet habe, diese Figur kennenzulernen. Und es auch so lange gedauert hat, bis es Klick gemacht hat. Für mich ist Ahsoka Tano das, was Rey hätte sein können in der Star Wars-Sequel-Trilogie. Sie ist so interessant, so faszinierend. Ich bin sehr gespannt, wie Ahsoka Tano in ihrer eigenen Serie sich noch weiterentwickeln wird. Doch jetzt seid ihr gefragt, wie steht ihr zu Ahsoka Tano? Liebt ihr sie genauso sehr wie ich? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.